So, und da sind wir auch nach einer sehr langen, sehr, 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 sehr langen Pause wieder bei Minecraft. Heute mit dem, der letztes Mal verpennt hat. Shayan! Genau. BVB, ja. Obwohl er es hasst, ja. Ja, ich bin kein BVB. Ist egal, muss man nicht verstehen. Ähm, ja. Was machen wir heute? Was machen wir Schönes? Holz für mich holt. Dann will ich eine Spitzhacke haben. Okay, dann craften wir hier mal eine schöne Spitzhacke. Kartoffel kommt auch gleich nur, er ist halt jetzt gerade nicht da. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt hier gerade ein anderes Texture Pack benutze, ist das den einfachen Grund, dass für eine neue Version 1.4.2 John Smith noch nicht richtig rausgekommen ist und ich deswegen jetzt mit Honeyballs Antique Texture Pack spielen muss. Also, wundert euch nicht. Ja. Was machen wir? Wir... Ich gehe Zombies töten. Und ich fahre mal jetzt. Aber wo? Und Skelette. Ach, das ist ein Skelett? Ja. Schön, dass du schon weißt, was die die Texturen da gerade aussehen. Das ist aus wie ein Zombie gerade, aber grün. So. Wo ist denn euer Wald oder euer... Da hinten? Ah, ja. Da. Bin dann da. Gut. Als ich Stacks war. So, was mache ich denn Schönes? Ich... Keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal den ganzen Zaun ersetzen. Durch? Durch Mauern. Achso. Weil die Mauern schöner sind. Oh. Oh, ein Creeper. Noch einer. Boah, vielleicht ein Schwert. Ich glaube, ich geh dich mal hier schützen. Ja. Ich spiel mal den Leibwächter für dich. Hier bin ich. Oh, wo bist du? Da, ich seh's. Ah, der Creeper verweilt mich immer noch. Ich komme, ich schütze dich. Ich glaube, wie war ich so... Nimm das! Er ist tot. Okay. Ich glaube, na, ich bin so los. Mann, ich brauche... Okay, okay. Enderman, da hinten, zwei Stück. Jetzt. Jetzt ist dann noch. Hier. Oh mein Gott, wieso ist der jetzt in die Erde gefallen? Der? Ich? Ja. Oh, dann... Nein, jetzt ist er nicht mehr gut. Oh, ne Spinne! Spinne, stirb! Stirb, Spinne! Yeah, sie ist tot. Okay, ähm... Ja. Ich kann nichts machen. Ich hab drei Holzstücke und das war's. Los, hol Holz. Ich brauch danach... Danach mach ich mir erstmal einen Schein. Oder wir gehen einfach schlafen, wenn die Nacht vorbei ist. Gute Idee. Das wär ganz schön intelligent. Hoffentlich kommen Kartoffeln nicht in den Augenblick. Ich hab nur zwei Betten. Dann muss er wieder liegen. Los! Ab ins Haus. Wir gehen schlafen. Es war eine gute Idee, das Haus von dem Dreck zu befreien. Das sah ziemlich hässlich aus. Ach, ja, ja. Ich weiß ja, wie das am Anfang auch so... War nicht gerade... So schön. So, ist Tag. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du brauchst nicht traurig sein. Oh, uns blieb die Nacht nicht verborgen. Juhu! Wir waren die Nachts nur ein bisschen schlachtet. Oh, schon wieder Creeper. Creepy, creepy, creepy. Creepypasta. Oh, ich hab eine unterirdische Höhle gefunden. Sogar mit Beleuchtung. Was? Ach ja, da haben wir immer Schweine drin eingesperrt. Ach so. Wenn da noch Schweine wären, dann wären sie jetzt rot. Wir machen hier überall Löcher rein. Ich muss jetzt alles wieder reparieren. Wieso? Wieso? So, dann machen wir mal alles hier. Heile, heile Welt. Oh, der Spinner. Ach so, ja, wo ist der Tag? Ja, ich muss mich leider entschuldigen, dass die letzte Folge beim letzten Mal mit Himmelssturm gelöscht worden ist. Von mir, weil ich nicht aufgepasst habe. Normalerweise wäre heute auch dabei gewesen, aber er hat es diesmal verpennt. Also, oh man, ich bin tot. Oh, warum? Wenigstens wollte ich wieder am Bett und nicht so irgendwo bin dagegen. Meine Sachen, die kriegst du nicht. Also, ich mach mal den Zaun jetzt weg. Okay, ich hol meine Sachen wieder. Dann helfe ich dir, vielleicht. Das wäre besser. Ich muss eine Axt machen. Ich hab eine Axt, aber ich bin tot, also ich hab jetzt nicht versucht. Ja, ich hab ja genug Steinen. Ich kann mir eine Axt leisten. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ich kann jetzt erstmal suchen. Ah doch, ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Warum war ich denn die ganze Zeit getötet? Das habe ich mir immer getan. Für einen Blumentopf brauchen wir Dings. Brauchen wir Tod, ne? Ich wohne schon wieder von. Wo ist das Scheißgelet? Wo ist mein ganzes Holz? Ich glaub, das ist alles weg. Ah, da ist das Skelett, da ist das Skelett, da ist das Skelett. Ich hörte das jetzt. Wie schön, wie schön doch dieser Stein aussieht. Diese schöne Steinmauer. Oh, das Skelett hat grad die Spinne angegriffen. Jetzt kämen das Skelette und die Spinne gegeneinander. Ja, das ist doch mal geil. Die Spinne hat gewonnen. Und jetzt gibt's einen Knochen und einen Bogen. Äh, einen Beifen. Nicht um Gott. Juhu. Ja, und ich ersetze mal hier schön den ganzen blöden Sound durch den Stein. Was alles noch viel, viel schöner macht. So. Ach, wie schön. Ich finde einfach diese Idee, diese Mauer zu machen, einfach total geil. Nicht wahr? Findest du das nicht auch? Ja, ich weiß ja nicht, wie's aussieht, aber ich denke mal, es fängt ganz gut. Mal gucken. Mal gucken. Hm, 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 hm. Nein. La, 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 la. Ich brauche noch mehr Mauern. Okay, ich hab'n bisschen Erde. Erde, äh, Holz, Erde, ja, Holz. Was hast du mit dem Holz vor? Äh, Steinspitztacke, also... Wieso nimmst du nicht einfach Stein und Holz aus unserer Truhe? Weil das wäre ja dann verschwendet, also ich meine, nein, nein, das wäre ja nicht verschwendet, sondern würde ich euch das ja einfach wegnehmen, euer hart erarbeitetes Holz. Es ist so schwer, das zu erarbeiten, in den Wald geht das ein bisschen hacken, ne? Ja, das ist ja so wie Stel. Das ist, das, wir haben alles von Mutter Natur geklaut, wir sind so böse. Aber die Steine klau ich euch trotzdem. Oh mein Gott! Also ich brauch nämlich drei Stück sonst. Und ich hab, und ich seh keinen Stein. Das ist, äh, schlecht. Weil ich die Steine hab, ohahaha. Hier hast du, hier hast du drei Steine, eins, zwei, drei, hier, viel Spaß damit. Los, geh ein bisschen, geh ein bisschen auf der Autobahn spielen. Und drei Steine noch. Ähm, ne, ne, ne. So. Alles wird jetzt ersetzt, durch schöne Steinbauern. Da kann auch nicht der große böse Wolf kommen und alles umpusten. Wisch. Wahrscheinlich. Kann der auch nicht, äh, Holzzäune umpusten, also wenn man's ganz... Ah, bei der große böse Wolf hat auch das Holzhäuschen umge... umgepustet, weißt du doch. Ja, diese neuen Zäune aus Stein sehen voll cool aus, ey, da kann man ja hochlaufen dran. Kann man auch da rüberspielen? Ja, kann man. Nein, kann man nicht. Doch, doch, man kommt über die Zäune drüber. Nein, kommt man nicht, das ist wie ein normaler Zaun, da hast du ja... Achso, aber hier bin ich rübergekommen, warte. Hier bin ich rübergekommen, guck, so und so. Das ist irgendwie so, fuck. Aber wenn du es definier probierst, klapp das nicht, guck. Ja, ja, ja. Das ist cool, ich mag das, das ist cool, das haben wir gut gemacht. Das sieht schön aus. Ich wünsch dir, was geht. Wie heißt jetzt eigentlich? Okay, gut. So, das waren... Auf jeden Fall, ich... Das waren Komplikationen, tut mir leid. Das waren Komplikationen. Nein, ich... das erste, was ich jetzt baue, ist ein Amboss, ne? Mach das. Nimm mal Glück. Weil meine Sachen, ah, kaputt. Wenn wir Glück haben, beehrt uns gleich Himmelssturm auch wieder. Okay, Amboss brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich könnte nur mein Schwert benennen, aber das bringt mich schade. Habt ihr alle Schweine getötet? Welche Schweine? So, im Umkreis. Habt ihr noch Hühner oder Hühnerhäuser? Nein, da habe ich den... Äh, weil ich... ich hab den jetzt Hälfte neben, weil ich kein Essen... Ja, das ist... er ist free. Geh einfach zum Kühlschrank und wir haben aus dem Schweine-Ding. Aber dann haben wir einen Kuh... einen Kuhstall. Und wir pflanzen Weißnitzen. Wir könnten auch nach Kartoffeln gucken, suchen. Ja, die kannst... die findest du nur bei Villager-Dörfern. Und wir haben ja keins, weil die Welt noch ein bisschen anders ist. Also alt, nicht anders. Ja, und dann müssen wir halt weit laufen. Wir können einfach in der Hölle noch ein Nether-Portal bauen, wenn wir genug... Ich geh jetzt in die Hölle. Ja, nein, nein, geh mit uns, warte noch auf uns. Also, dann können wir einfach ein Nether-Portal bauen. Mein Gott, was ist... Müssen wir eigentlich in einem neuen Chunk oder also... Wieso stand gerade ein Creeper im Portal? Weil die sich jetzt neuerdings durch Portale teleportieren. Oh mein Gott, hätte einer ganz viel Neverwads angepflanzt. Und... achso, du musst das Portal absichern mit einer Tür oder so, weil sonst... Und sonst kommen wir uns wieder drauf. Macht lieber Liebekühe und guckt mich nicht schwul an. Genau. So, mach halt ne Tür. So. Okay, ich geh jetzt in die Neverfestung und such nach den schwarzen Skeletten. Ich hab die Errungenschaft erhalten. Backe Brot. Juhu. Brot backen, Brot backen, Backe, Backe, Kuchen. Das ist immer noch Brot. Brot ist Brot. Ach, also, wenn es Kuchen wäre, wäre es schöner. Ja. Ja, da könnte Film und seine Sprüche lassen. Die total Gangster-mäßig überkommen. Jolzer, ich kenn den Kuchen und der Kuchen, der hier schmeckt nach Kuchen, man. Wow, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, was war das? Nein, Mann. Lass mich da rein. Wieso kann ich hier nicht reingehen nachher, jetzt endlich, glaubst? Zwei Leute, ich... Ach nein. Ich war leider zu fett für das Loch, ich kam nicht rein. Wo ist nochmal euer Portal? Im Keller, erste Etage rechts. Oh, dann bin ich ja jetzt ganz falsch. Ich zeig's dir, warte, ich komm. Ja, ich bin... So, jetzt... Backe, Backe, Kuchen, suche schwarze Skelette. Leute, ich kann jetzt mitspielen. Juhu, Himmelssturm ist da. Und du bringst mir... Applaus, Applaus! Information, wir nehmen auf. Okay. Macht's muted. Das ist schlecht. Ähm, Leute, ich kann, äh, also, ich kann jetzt... Ich muss kurz auch, okay? Okay. Ja, sehr gut. Das Beste... Das Beste wär, wenn du das auch rausschneiden kannst. Boah, mag mal schleim, mag mal schleim. Äh... Äh... Ja, ja, ja. Ich schnei... Viel Spaß! Ich stell einfach den Ton stumpf, fertig. Mag... Wuhu, 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 wuhu. Ich hab grad, glaub ich, ein Weizen in deine Kiste getan. Ich kämpfe gegen Magma schleim! Ja, du hast was rausgenommen, das hab ich gesehen. Ich hab Weizen in deine Kiste getan von mir, und ich dachte, weil ich hatte ein Weizen über... Ich konnte dann nichts beachten. Gegen Magmaschleim, gegen Magmaschleim, ganz viel Magmaschleim.